Laut Solmecke kommt es noch dicker. Chat meinte gerade, wir haben jetzt gerade das ApoRed Video geguckt und ich bin psychisch ein bisschen vorbelastet. Oder laut dem Chat kommt es bei Solmecke noch dicker. Ich bin gespannt. Lass uns reingehen. ApoRed erklärt seine Steuertricks in die Modus bald zu Ende. Anwalt Christian Solmecke. Also eins muss ich YouTuber ApoRed wirklich lassen. Er ist ein verdammt schlauer Fuchs. Denn wie aus dem Nichts meldete er sich mit einer Schuldenbeichte zurück auf die Landschaft von YouTube Deutschland. Nur um danach zu sagen, nee, ich habe doch keine 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. War alles nur ein Prank. Und jetzt ein Video rauszubringen mit dem Titel Die komplette Wahrheit. Jetzt aber wirklich kein Prank mehr. Und da legt er sehr genau mit Beweisen da, wie rich er eigentlich ist. Und wieso das alles ziemlich schlau ist, was er steuerlich da so veranstaltet hat. Wir haben uns das Video... Okay, ich bin sehr gespannt. Gestern online gegangen. Ist natürlich mal sehr genau angeschaut. Und wir haben das nicht alleine getan, sondern ich habe mir einen ausgewiesenen Steuerexperten, nämlich den Christian Gebart von steuerberaten.de an die Hand genommen. Und wir haben uns mal angeschaut, ob das jetzt alles sein kann, was denn jetzt als die komplette Wahrheit gilt. Ich bin sehr gespannt. Und ich sage euch schon jetzt, da werdet ihr schmunzeln und, naja, vielleicht werden wir die ein oder andere Lüge enttarnen. Und wenn es das... Digga, wenn die Säumecke schon anfängt mit, ich enttarne Apo Reds lügen. Oh! Wenn das gelingt, dann bekommen wir 20.000 Euro. Und ihr bekommt auch 20.000 Euro, denn das ist genau der Betrag, den Apo Red ausgeschrieben hat. Für jeden, der ihn der Lüge überführt. Also, ich bin gespannt. Es wird interessant. Bleibt dran. Ich habe gleich meine ganze Schokolade aufgegessen, Freunde. Das ist nicht gesund. Wir sollten Tito Schokolade senden. Könnt ihr ja mein Management senden. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich zum Thema Apo Red up to date bleiben wollt. Denn die Vermögenslage von Apo Red, die ändert sich aktuell schneller als das Wetter in den Tropen. Vielleicht nochmal zum Verstehen. Angefangen hat er alles mit dem Insie-Modus. Dann kam schon vor einigen Monaten oder Jahren irgendwann raus, ja, er ist doch nicht so rich, wie er immer getan hat. Sondern eben im Insolvenz-Modus. Aber er sagt, ja, Insie-Modus war geflüchtet, aber wirklich, ich bin doch noch rich. Dann kam der Prank mit seinem Kumpel Leon Machère. Er hat gesagt, er hat 3,6 Millionen Schulden beim Finanzamt. Ich hatte da schon im Nachgang angezweifelt. So viele Schulden, da muss man ja vorher erst mal 7 Millionen mindestens an Gewinnen gemacht. Wird also schwierig. Und es wurde dann viel gerätselt. Er hat aufgeklärt, nee, war eben nur ein Prank. Und jetzt waren alle völlig lost und sagten sich, wie viele Knete hat er denn wirklich? Ja, und das hat er jetzt gestern aufgedeckt. Also richtig reinen Tisch gemacht. Das aber wirklich ist der Betrag, den ich habe. Na klar, man weiß nicht immer genau, was man ihm glauben soll. Aber das, was er gestern rausgehauen hat, naja, müssen wir uns zumindest zusammen mit euch anschauen. Er will ja jetzt die volle Wahrheit sagen. Das unterstreicht er schon zu Beginn. Also, das wollen wir hier mal reinschauen und gucken mal, was denn die volle Wahrheit ist. Also erstmal reinschauen, was er hier als volle Wahrheit sieht. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Digga-Kanisterkopf ist eine coole Beleidigung, muss ich sagen. Die muss ich ihm geben. Ein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier. Habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamern kommen und sagen, ey, da hat Red safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Also 20 Mille für jeden, wenn ihr was findet, wo Red gelogen hat. Zu dem Punkt, den ich erwähnen werde, er kann jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann kann er 20 Mille, wie gesagt, 20 Mille drauf wetten. Ich mache jetzt nicht den Gag zu gucken, was ist eine Auslobung und kann er sich darauf festnageln lassen. Oh, das ist ja auch spannend, ob das schon rechtskräftig wäre. Überprüfen mit einem Experten Blabobieb. Und wenn ich recht habe, kriege ich die 20 Mille. Und wenn ich gelogen habe, 20 Mille, no problem. Okay, das ist sicherlich kein guter Deal. Das kann ich euch an dieser Stelle auch schon sagen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Entweder er ist rich, ja, dann müsst ihr ihm 20 Mille zahlen und er wird noch richer. Oder er ist pleite, dann muss er euch 20 Mille zahlen. Aber woher? Also, kein guter Deal. Ich denke, die Auslobung hier, die geht sowieso ins Leere. Er lächelt dabei in der ihm innewohnenden, sympathischen Art. Und ja, da muss man wohl sagen, auf den Deal würde ich mich nicht einlassen, denn da kann man ja nur verlieren. Ich bin sehr gespannt, ey. Da dann lieber hier mal vorbeischauen. Wir vertreten euch in Sachen Facebook-Datenleck. Ach, der gute Datenleck von Facebook. Den ich besser jedenfalls Geld verdiene. Nicht 20k, sondern 1000k, wenn ihr betroffen seid. Und zwar einfach mal kurz die Handynummer hier eingeben. Checken, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Datenleck. Und dann sehen wir zu, dass wir für euch die 1000 Euro von Meta bekommen. Und ich kann nur eins sagen, die Rechtslage hat sich da enorm verbessert. Denn der Europäische Gerichtshof hat vor einigen Tagen ein mega freundliches Urteil für alle Verbraucher getroffen. Aber eben kein freundliches Urteil für Apo Red. Denn er sagt, ich bin eigentlich gar nicht so arm, wie jetzt alle denken. Vielleicht auch nochmal mit, denken es jetzt viele. Ja, ich bin noch irgendwo schon noch der Große. Ich finde es auch geil. Niemand glaubt mehr, dass Apo Red Geld hat. Jeder weiß, dass Apo Red kein Geld hat. Jeder. Und ich weiß auch gar nicht, vor wen er das macht. So dieses ganze rumgealberne Multimillionär, der alle hinters Licht geführt hat. Und ich habe das Video hier angesehen und dachte so, boah, ganz schön krasses Steuerrecht, was er da hat. Deswegen habe ich mir meinen Steuerberater mit dazu geholt. Christian Geberts, und das ist kein geringer. Vielen lieben Dank, Freunde. Ja, als auch der Gründer von steuerberaten.de. Also, wer, wenn nicht er, soll in der Lage sein, Apo Reds Statements steuerrechtlich mal unter die Lupe zu nehmen. Und ihr werdet euch wundern, er hat apropos RED ganz schön aufs Kreuz gelegt, den Allerechten. Und schauen wir mal, ob jetzt Apo Red ein Steuersünder ist oder einfach schlauer als wir alle. Und, naja, er gibt erstmal schon direkt zu Beginn eine ziemlich gute Aufstellung dazu, woher jetzt das ganze Geld kommt, wie das mit den Steuerschulden funktioniert. Und das wollen wir uns an dieser Stelle einmal anschauen. Da gucken wir mal rein. Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Für die Leute, die nicht verstehen, weil ihr wisst, das wird in den Schulen nicht beigebracht, ich erkläre euch, was eine Prüfung ist, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe viele Gewerbe in Deutschland angemeldet gehabt und ich habe auch viele geschlossen. Und wo ich sie dann geschlossen habe, irgendwann kam das Finanzamt und hat dann eine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Das heißt, habe ich auch gerade, ich habe auch gerade eine Prüfung. Ist aber halt normal, wenn man ganz okay viel Geld verdient. Die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an, ganz sneaky-micky, und versuchen nochmal alles rauszuholen, was geht. Mit, wirklich super, die haben sich den Hasen angeschaut, sneaky-micky. Also, wir halten mal fest an dieser Stelle, es gab eine Steuerprüfung, Wirtschaftsprüfung. Erstmal so, ich sehe gerade, das ist Platz 1 in den Trends hier unten sogar. Ja, hat er ja gut gemacht. Dann hat sneaky-micky das Finanzamt dann mal eine Rechnung aufgestellt, wie es denn um den guten RERED so steht. In dem Dokument sieht man auch genau diese verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an zwei Gangtonen teilgenommen habe und jeweils 60K bekommen habe, wobei ich nur einen mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube jedes Jahr ungefähr 160K gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr ein... Es ist so süß, weil ja, ich muss, sorry, ich muss lachen, weil die denken, die zahlen ja nicht aus. Aber okay, wir gucken mal weiter. Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung, absolut unlogisch. Was ist ein Unsicherheitszuschlag? Also für ihn komplett unlogisch, weil alles nur geschätzt worden ist. Und das wollte ich genauer wissen, von keinem Geringeren als Christian Gebhardt. Und Christian hat jetzt gesagt, ist das... Okay, ich bin gespannt. ...komplett unlogisch, dass das Finanzamt mal was schätzt, oder wie ist da die Sachlage? Gucken wir mal rein. Also das ist definitiv ein Bericht von einer Betriebsprüfung von einem deutschen Finanzamt. Normalerweise laufen diese Betriebsprüfungen bei Selbstständigen ja so ab. Das Finanzamt schaut sich die... Also erstmal soweit, das Ding ist schon mal echt. Also, ApoRed hat nicht gelogen, ist eine Betriebsprüfung. Hat er bekommen, okay, schon mal nicht schlecht. ... Unterlagen ab, an, hinterfragt vielleicht hier und da nochmal einen Beleg. Zeig mal dein Fadenbuch, zeig mal den Beleg. Warst du da wirklich mit der und der Person essen, was du behauptet hast, ja? Und Essen war der bestimmt häufig ApoRed, ja? Ganz kurz, alle Instagram, alle Influencer gehen gerne essen. Aber hier kann man echt sagen, dass... Das Ding ist, man redet beim Essen aber fast immer auch über die Arbeit. Das Finanzamt ist völlig eskaliert. Die ganzen Einnahmen, die da unterstellt werden, die sind tatsächlich hinzugeschätzt. Für das meiste hat das Finanzamt keinen Nachweis und das wird in dem Bericht auch deutlich. Okay, das ist doch mal eine Aussage. Sprich, Christian hat sich das Ganze angeschaut und gesagt, das sind alles nur Schätzungen. Dann könnte ja ApoRed doch wieder Recht haben und die haben sich völlig verschätzt. Aber warum müssen die überhaupt schätzen? Normalerweise kann man sich in solchen Fällen echt gut mit dem Finanzamt verständigen. Man muss halt mit dem Prüfer argumentieren und darlegen, warum seine Auffassung oder seine Unterstellung, dass man hier Einnahmen gemacht hat, völlig falsch sind. Ganz kurz übrigens an alle Influencer, die das hier gerade sehen werden vielleicht. Vielleicht guckt ihr gerade einen Influencer zu oder generell an alle, die selbstständig sind. Ganz großer Tipp, den ich euch geben kann. Holt euch eine Steuerfachangestellte oder einen Fachangestellten und stellt die bei euch ein. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Steuerfachangestellte eingestellt, die arbeitet noch in einem Steuerbüro, aber arbeitet auch für mich. Und die kommt einmal die Woche vorbei. Ich gebe alle Quittungen, die liest meine Mails durch, die redet mit meinem Steuerberater mehrmals im Monat. Und die kümmert sich um jeglichen Scheiß. Wirklich? Das ist so ein Gamechanger. An alle Leute, die sich irgendwie leisten können, die irgendwie irgendwo selbstständig sind. Es ist so gut, es ist so gut. Ich kann es nicht empfehlen. So wie das für mich hier wirkt, hat der YouTuber das einfach nicht gemacht und überhaupt nicht auf das Finanzamt reagiert. Und vor allen Dingen muss ich sagen, er wird ihm auch vorher gar keine Zahlen in dem Finanzamt gemeldet haben. Das ist ja auch schon ein Problem. Und dann passiert genau sowas. Dann wird man nämlich nur geschätzt. Das ist natürlich ein großer Fehler. Normalerweise arbeitet man hier mit einem Steuerberater zusammen, der das dann alles für einen regelt. Ein weiteres Problem scheint ja hier zu sein, dass das Finanzamt den Schriftverkehr dann an eine Adresse geschickt hat, die überhaupt nicht mehr aktuell ist. Aber auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat er denn dem Finanzamt nicht Bescheid gesagt, dass er an der Adresse nicht mehr zu finden ist. Das kann man zum Beispiel einerseits beim Einwohnermeldeamt machen, dann meldet man sich halt ab. Oder natürlich auch beim Finanzamt, dass man dort Bescheid gibt, dass man da nicht mehr wohnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das beim Schlauen Fuchs passieren konnte, dass da dieser Kardinalfehler... Oh, ihr seht, sollmecke die ganze Zeit gar nicht. Der ist unter mir, der Brie. Es tut mir sehr leid, Freunde. Ich gehe mal nach hier oben. Nicht abgemeldet passiert es. Strategie scheint ja jetzt zu sein, dass er gegenüber dem Finanzamt behauptet, dass der Brief wäre niemals angekommen. Und das kann natürlich... Da muss selbst Christian Gewart schmunzeln. ...zündieren ist aber andererseits schon auch irgendwie auf wackeligen Füßen. Ey, Energy Convert, Dankeschön für den Sub. Kuss. Gerade wenn dem Finanzamt bisher nur diese Adresse bekannt war, also das ist echt ein heißer Reifen, ob das am Ende funktionieren wird. Letztendlich kann man sagen, dass das jetzt sogar in einem Insolvenzverfahren gemündet ist, ist einfach mal richtig Panne. Normalerweise hast du ja echt viele Möglichkeiten, dich gegen so eine Zahlung noch zu wehren. Da kommen ja Mahnungen, da kommen Kontopfändungen. Also du kriegst das normalerweise schon mit, wenn das Finanzamt so viel Kohle von dir haben will. Und da hast du echt viele Möglichkeiten. Du kannst zum Finanzgericht gehen. Du kannst die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Also ganz ehrlich, das hätte eigentlich nicht so weit kommen müssen. Oh, siehste mal. ApoRed hätte besser mal bei Christian Gewart vorher angeklopft. Digga, ist das geil, wie Solmecker auch am Schießen ist. Oh, Solli, du geiler Macher. Und du sagst, hey, sag mal, muss das sein? Insolvenz-Modus, es hätte nicht sein müssen. Wow, wenn du mich fragst, klingt das echt nach einer gewagten Strategie. Du kannst natürlich deine Einnahmen reinvestieren und wenn du dann... Also da ist es tatsächlich so, dass da schon mal gesagt wird, dass ApoRed hier tatsächlich einen Riesenfehler gemacht hat, weil er sich viel zu spät gewehrt hat. Er hat überhaupt hier nichts gemeldet, hat sich auch nicht zurückgemeldet und, und, und. Also das ist sicherlich schon ein Riesen-Kardinalfehler gewesen, den Christian Gewart hier gesehen hat. Und da hätte man ihn schon vor dem Insie-Modus bewahren können, aber hätte uns natürlich auch sehr viel Freude und viele Videos erspart. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass es nicht so gelaufen ist. Wir gucken uns die weitere, komplette Wahrheit an. Hier geht ApoRed darauf ein und nennt konkrete Zahlen. Der Hauptgrund, warum ich grundsätzlich wenig Steuern in Deutschland gezahlt habe, ist, weil ich halt immer mein Geld investiert habe. Ansichten, eine Möglichkeit, die man machen kann. Dazu Energy. Dankeschön, wie die drei Schweizer Franken. Viel lieben Dank. Das heißt, ich habe solche Geld von meinem YouTube genommen. Und wenn ich jetzt 100.000 Euro oder 200.000 Euro Gewinn hatte in einem Jahr, habe ich das Geld genommen und in Klamotten investiert. Das heißt, ich habe dieses eine und eins... Weiter mal, weiter mal, weiter mal, weiter mal. In Klamotten, wie ist die, da hat es eine Klamotten-Firma gegründet? Oder Klamotten gekauft? Weil gekaufte Klamotten, das war das Erste, was mir mein Steuerberater gesagt hat, war, Digga, alles, was du privat benutzt, darfst du nicht absetzen. Und so Sachen wie Kaffeemaschine, einen Schreibtisch, da können wir noch alle drüber reden. Die kannst du auch so nutzen, so, ne? Auch wenn du im Büro bist und eine Kaffeemaschine fürs Büro gekauft hast, dann geht das auch, wenn du dich mit Freunden da treffen solltest, weil es ja fürs Büro ist, aber so Sachen wie Klamotten, Schuhe, die ist das nicht machbar. Er meinte sogar selbst, sein Anzug, den er nur für die Arbeit gekauft hat, darf er nicht absetzen. Deswegen würde mich das jetzt sehr wundern, wenn Apparat seine Klamotten absetzen kann. Generell ja clever, nur Klamotten ausgerechnet, äh, ja, muss ich mir mal anschauen, warum das ein gutes Investment ist. Unternehmen, hab dann ein neues Einzelunternehmen eröffnet mit den Klamotten und konnte das Geld rüberswipen und das da ausgeben am Ende des Jahres und hab dann dementsprechend weniger Gewinn und hab dann weniger Steuern gezahlt, so. Aber an sich, was zu investieren, wenn man weniger Steuern zahlt, kann man machen. Also da muss man erstmal, da wird einem schon ein bisschen schwindelig, muss man sagen. Wie das ist, also er hat irgendwie ein zweites Unternehmen und hat dann Klamotten rübergeswiped. Er gibt sogar an, er hat bei Einnahmen zwischen 6 und 10 Millionen Euro nur 400.000 Euro Steuern in Deutschland gezahlt. Also er hat zwischen 6 und 10 Millionen Euro verdient. Das konnte er eben nur schaffen, weil er oft in andere Firmen investiert hat und dann immer alles, so wie ich schön sage, rübergeswiped hat. Shane Mio niemals hat. Und diese Strategie, ob das steuerrechtlich in Ordnung sein kann, das habe ich auch den Christian Gebert gefragt und dazu hat er mir hier folgendes gesagt. Er sagte schon, die hielt er für recht gefährlich. Also gucken wir da mal rein. Ausgaben hast, kannst du die wieder bei deiner Steuer abziehen. Aber wenn du natürlich in Dinge investierst, die langfristig zum Gebrauch im Unternehmen bestimmt sind, wie zum Beispiel ein Lambo oder eine Mercedes G-Klasse. Ja, natürlich, die funktionieren nicht. Oder irgendwelche Gucci-Klamotten. Dann kannst du diese nicht sofort von der Steuer abziehen, sondern musst die über viele Jahre abschreiben. Musst du nicht, ich glaube, Autos über 5 Jahre oder nicht. Und früher war es auch so, das haben die jetzt geändert, dass man alles, was über, damals waren es 59 Euro, ich glaube jetzt mittlerweile sind es 1050 Euro, was über 59 Euro war, dass du es auch über mehrere Jahre abschreiben musst. Und das haben die jetzt aber teilweise geändert. Also zum Beispiel einen PC kannst du jetzt so kaufen und dann kannst du im selben Jahr abschreiben, wo du den kaufst, oder dein Handy und sowas. Das haben die geändert. Und besonders blöd bist du eigentlich, wenn du in eine Mercedes G-Klasse investierst, in einer Firma, wenn du die dann später verkaufen willst. Dann sollte man sowas lieber von Anfang an privat machen, wenn man das Ziel hat, so ein Auto wieder weiter zu verkaufen. Also letztendlich... Ja, also das sind also tatsächlich Tipps von Christian Gebert, die, ja, man hätten vorher besprochen werden müssen, mit ApoRed. Man kann natürlich seine Steuern drücken durch Ausgaben, aber das müssen natürlich die richtigen Ausgaben sein. Das müssen halt vier Ausgaben sein. Und teure Autos oder teure Klamotten gehören da eher nicht dazu. Nee, teure Klamotten vor allem nicht. Also ich bin sehr skeptisch, ob das zum Erfolg führen kann. Das ist auch ein... Wird nicht zum Erfolg führen, einfach jetzt Ausgaben zu machen, eine neue Company aufmachen, weil wir haben jetzt ja nicht alle Angaben. Ich sag jetzt auch nicht die 20K ein und sag, ich hab jetzt nicht der Lüge überführt, aber dass es, ähm, ja, ein bisschen kurz gegriffen ist, einfach zu sagen, ich mach eine andere Firma rauf, da drück ich das alles rein und deswegen hab ich keine Steuern mehr, hat ja letztlich auch nicht geklappt. Gucken wir mal weiter, äh, was er noch hat. Er hat, äh, ist ein bisschen undurchsichtig, weil er hat ja viele Wohnorte, der ApoRed, und, äh, auch diese ganzen... Ich kenn auf jeden Fall einen Wohnort von ApoRed, weil er mich ja versucht hat anzuklagen. Wohnorte, Sorgen... Beziehungsweise, äh... Wolltet er mich nochmal machen? Er wollte... Also nicht er, sondern sein Umfeld, seine Frau, ähm, die wollte mich abmahnen und wollte Schmerzensgeld von mir. Und wir haben gesagt, nö. Mh, ein bisschen Verwirrung. Riege sich jetzt auf, ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland, äh, die haben Prüfungen hier gemacht, Prüfungen da gemacht, von irgendeinem Gewerbe hier, von irgendeinem Gewerbe da. Aber ist er, lebt er nicht in Deutschland? Ja, meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei, aber ich muss natürlich sagen, ich zahle natürlich Umsatzsteuern, das heißt, wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, 90% Umsatzsteuer, die zahle ich immer, ist ja klar. Hat er gerade im Video gesagt, er zahlt seit 5 Jahren keine Steuern? Ist das nicht so smart, das von einem halben Millionen Publikum zu sagen? Guck mal, aber Gewinnsteuer. Ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Es macht einfach gar keinen Sinn. Dicker, ich gebe auch 50% ab, damit ich dein scheiß Insolvenzverfahren bezahlen kann. Also, wer das machen will, macht das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Im Sozialstaat leben, vom Sozialstaat profitieren, aber dann nicht sozial sein und seine Steuern hier zahlen, weißt du, wie es das nennt? Das nennt man asozial. Wenn man auswandert, ist okay. Okay, dann lebst du da und dann zahlst du da die Steuern. Ist okay. Aber Bruder, du kannst doch nicht von einem Sozialstaat profitieren und dann sagen, ich will aber den Steuern zahlen, ihr Hurensöhne. Man sieht doch heute... Sorry, Leute, aber der Trip ist gut. Auf dem Trip bin ich eigentlich auch nicht. Also eigentlich sind Apo-Retter nicht auf einer Wellenlänge. Ich bin auch nicht auf dem Trip, dass ich gerne 50% meiner Einnahmen angebe. Auf dem Trip bin ich total nicht, Leute. Ja, aber was gibt es für eine Wahl? Ein bisschen... 15% ist ja, wo ich gesagt habe, ja. Sympathisch ist halt auch schon, oder? Also das finde ich schon... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, wir gucken, nächstes Statement, das will ich zusammenfassen, dann habe ich nochmal Christian Gebert was dazu gefragt. Gucken wir mal rein hier. Das ist auch der Grund, warum ich seit ein paar Jahren auch nicht länger als sechs Monate in Deutschland chillen. Ah, der ist nicht so lange in Deutschland. Weil wenn ich mehr als sechs Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Ich lebe in Eastie. Ich lebe jetzt auch aktuell in Dubi. Ich bin auch der Nächste in Dubi. Wird da wahrscheinlich fünf, sechs Monate bleiben. Und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland. Ob es jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an drei Standorten. Der ist so ein praktischer, absoluter Move. Er geht einfach an drei verschiedene Standorte und sagt, ey, ich bin in Eastie, Istanbul, Dubi oder Deutschi, Deutschland. Und ist nur kurz immer in Deutschland. Deswegen hier gar kein Problem mit Steuern. Total der schlaue Fuchs. Und deswegen keinerlei Steuern in Deutschland. Das ist ja ein geiler Move, habe ich mir gedacht. Da habe ich dann Christian Gebert gefragt. Sag mal, du bist hier von steuerberaten.de. Kann das so leicht klappen? Sollte ich jetzt auch einfach. Bruder, ich höre es mal zu, ich höre es mal zu. Auswander nach Eastie oder was auch immer. Sag mal was an, was Phase ist. Überbreiteter Irrglaube. Man denkt immer, wenn man nicht mehr als sechs Monate in Deutschland ist, ist man in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Aber das stimmt nicht. Sobald man in Deutschland einen Wohnsitz hat oder auch eine Wohnung, das kann auch ein Kinderzimmer bei den Eltern sein oder bei Freunden. Sobald man ein Zimmer hat, was man festnutzen kann, ist man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Und das führt dann auch dazu, dass man alle Einkünfte auf der ganzen Welt... Herr Christian sollte ja im ApoRed einfach mal seine Rechnung rüberschicken. Das ist ja hier kostenlose Steuerberatung. Sei es aus Dubai oder aus der Türkei, in Deutschland versteuern muss. Und gerade bei Dubai ist das so, da gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen. In Dubai gibt es keine Steuern. Da kannst du dich noch so sehr in Dubai aufhalten und dort deine Einnahmen erzielen. Solange du eben noch in Deutschland einen Wohnsitz hast oder eben eine Wohnung, musst du diese Einnahmen auch in Deutschland versteuern. Und das hat ApoRed doch schon sehr viel gezeigt, dass er in Deutschland wohnt. Und ich glaube, dass ApoRed irgendwann so unendlich auf die Fresse fällt. Nicht nur so ein bisschen, sondern so unendlich hart auf die Fresse fällt. Da bin ich echt gespannt, ob das tatsächlich so ist, dass hier überhaupt kein Wohnsitz mehr vorhanden war. Und immer in der Zeit, als er in Deutschland war, er spricht ja hier von bis zu sechs Monaten, er immer nur in völlig verschiedenen Hotels unterwegs war oder bei verschiedenen Bekannten geschlafen hat und gar keine eigene Bleibe hatte. Weil das wäre hier das Problem, was dazu führen würde, dass die Einnahmen doch komplett in Deutschland steuerpflichtig sind. Ja, da kann ich die Community mal fragen. Wisst ihr, ob ApoRed hier irgendwas hatte, eine Bleibe, wo er dann in der Zeit... Hat er nicht letztes Jahr noch ein Video hochgeladen mit seiner neuen geilen Wohnung? Und Dubi scheint es ja dann auch nicht so zu bringen. Also ganz wackelige Nummer mit dem, naja, ich war jetzt längere Zeit nicht in Deutschland, deswegen muss ich hier auch keine Steuern zahlen. Das wird nicht so easy werden, zumal er wirklich mit seinen Videos nur Deutsche adressiert. Ich gehe davon aus, dass der deutsche Fiskus sich da nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Aber ApoRed zeigt uns noch, welche Tricks er sonst noch so auf der Tasche hat. Ich meine ja, der sollte echt Steuerseminare anbieten, denn hier kam am Ende noch so ein Trick. Gucken wir uns auch mal an, finde ich. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Super. Also wirklich. Das ist cool. Ich habe sowieso nichts in Deutschland auf meinen Namen. Selbst die ganzen Klamotten, die sind nicht auf meinen Namen. Die ganzen Klamotten gehören theoretisch den Modelabels, okay? Gar nichts ist mehr auf meinen Namen. Schon seit Jahren in Deutschland mehr. Selbst meine ganzen Firmenanteile habe ich fast alle weitergeleitet und umgeschrieben. Ich bin, was diesen Sachen angeht, immer ein kleiner, gewiefter Fuchs gewesen. Gott sei Dank. Ich habe meine Kürze... Gott sei Dank war er schon immer der schlaue Fuchs. Und ja, da gucken wir uns jetzt gleich mal an, ob das denn so simpel möglich ist, dass man einfach alles auf andere verteilt. Das wäre ja schön. Ist das nicht irgendwas... Ist das nicht... Das ist doch bestimmt auch irgendwas mit steuerlich nicht okay. Das ist bestimmt nicht da. Schlaue Füchse ist übrigens ein gutes Stichwort. Schaut mal unten in der Caption. Wir suchen schlaue Füchse. Nämlich rechts noch als Fachangestellte. Die in Köln arbeiten wollen oder remote. Auch von überall in Deutschland. Wir haben also auch Remote-Kräfte. Wenn ihr Rechtsanwalts-Fachangestellter seid oder Rechtsanwalts-Fachangestellte, bewerbt euch gerne. Link unten in der Caption. Schlaue Füchse gesucht. Wir suchen nicht nur Rechtsanwalts-Fachangestellte, sondern auch Bürokaufleute. Also da einfach mal in der Caption gucken, was wir gerade so suchen. Ja, und den schlauen Fuchs, Apo Red, den habe ich analysieren lassen. Netter war dieser von Christian Gebert von steuerberaten.de. Und er sagt hier folgendes zu dem Trick. Einfach alles auf andere übertragen. Ist doch ganz easy. Mir gehört gar nichts. Geht das so einfach? Also eine Firma auf eine andere Person umschreiben, kann immer eine gute Steuergestaltung sein. Das Problem ist aber, wenn man das so macht, wie es hier offensichtlich der Fall war mit Treuhandvereinbarungen, das wurde zumindest im Video gehört, dann sagt das Finanzamt natürlich, okay, du bist ja immer noch der, der wirtschaftlich berechtigt an diesem Unternehmen ist und wirtschaftlich von dem Unternehmen profitiert. Also ein Treuhänder muss ja nicht die Steuern für den eigentlichen Besitzer zahlen. Das wäre super dumm. Für die Frage, wer die Steuern zahlt, bringt dir das also letztendlich gar nichts. Außerdem ist das Problem, dass es ja irgendeinen Strohmann geben muss, der für das Ganze jetzt den Kopf hingehalten hat. Und da ist auch echt das Riesenproblem, dass ein Insolvenzverwalter, der ja jetzt sicherlich auch eingeschalten ist, dann genau auch auf diesen Strohmann möglicherweise... Ich finde es ja so clever, dass Apo Red das auch alles so offenlegt, mit seinen Strohleuten und Treuhand und der hat das und der hat das. Sehr schlau, ja, sehr schlau ist das Apo Red, richtiger Fuchs. Hat das, also da glaube ich genau wie Christian Gewalt, das wird jetzt ein Insolvenzverwalter brennend interessieren, dieses Platz 1 auf YouTube-Video, was der Apo Red herausgebracht hat. Das ist so dumm, dass er so zählt hat. ...gehen wird und da auch die Kohle haben wird. Für diejenigen, die jetzt also den Namen hergeben, damit der YouTuber da diese Firmen weiter betreiben kann, kann es also auch richtig brenzlig werden. Und das zweite Thema, in dem man zum Beispiel sagt, hey, meine ganzen Klamotten, mein ganzer Luxus-Lifestyle, der gehört meinem Unternehmen und dann kaufe ich das Ganze halt über mein Unternehmen und nutze es dann halt darüber privat. Ganz ehrlich, das wird in sich zusammenfallen, denn steuerrechtlich... Ja, du kannst keine Klamotten kaufen im Unternehmen, außer du bist Klamottenverkäufer. Das Finanzamt hier immer eine private Nutzung unterstellen, sei es jetzt von den teuren Autos, aber auch von teuren Klamotten. Und diese private Nutzung führt letztendlich dazu, dass man den Steuervorteil, den man hatte, weil man die Sachen über die Firma gekauft hat, dass der wieder wegfällt. Ja, ja, ja. Also mit anderen Worten, wenn ich das so richtig raushöre... Das, was ich am Anfang gesagt habe, Du kannst vor allem eine Sache nicht absetzen, das sind Klamotten. Außer du bist Klamottenverkäufer. Das Ursprungs-Prank-Video mit den 3,6 Millionen Euro Schulden, das kann beim Finanzamt wohlgemerkt, das kann noch wahr werden, wenn ich das alles mir so reinziehe, was das Ganze mitgeteilt hat. Also insofern glaube ich, das war dann gar kein Witz, sondern das war einfach nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wie man so schön sagt. Aber vielleicht noch ganz zum Abschluss, ApoRed sagt, woran er denn so alles investiert hat. Also falls ihr sozusagen... Außer Arbeitskleidung. Ja, aber es kommt auf die Arbeitskleidung an. Krankenhaussachen gehen zum Beispiel, aber zum Beispiel so Anzüge oder alles, was so Streetwear ist, das muss schon spezielle Arbeitskleidung sein. Also zum Beispiel meine Mom konnte ihre... Sie musste so Kittel und sowas kaufen auch. Das kann sie natürlich absetzen. Oder eine Bauhose, so eine... Oder was auch immer. Sicherheitsschuhe, natürlich kannst du die absetzen. Aber... Natürlich kannst du keine 300 Euro Designer-Jeans absetzen. Natürlich nicht. Macht es ihm einfach nach. Investiert in das hier. Ein weiteres Geschäftsfeld, was ich eingesneakt habe, war irgendwie 2017, 2018 glaube ich. Ich glaube 2017. Da habe ich in einen Shisha-Café investiert. Knapp 40%. Ich habe das mit aufgebaut. War auch Mordsarbeit, auf jeden Fall. Und das war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das läuft bis heute noch Gott sei Dank super gut. Und wird auch wahrscheinlich weiter gut laufen. Also super Entscheidung. Shisha-Café, da hat er natürlich... Aber und das muss er nicht versteuern, dass er da Gewinn macht. Hochseriöse Dinge investiert. Shisha-Cafés sucht man. Shisha-Café, Steuerrazzia, findet man sozusagen im Minutentakt die Razzien in den Shisha-Cafés. Ich will jetzt keinen, nicht pauschal Shisha-Cafés was unterstellen. Aber im Zusammenhang mit dem schlauen Fuchs ApoRed, der dann sagt, ey Leute, das Invest meines Lebens ist ein Shisha-Café. Ja, ist man doch schon geneigt, das ein oder andere Grinsen sich nicht verkneifen zu können. Also die Akte ApoRed und der Insie-Modus, die kann noch lange nicht... Aber ich brauche auf der Arbeit ganz dringend einen Balenciaga-Handori auflassen werden. Und ich werde die hier auch weiter verfolgen. Wenn ihr das auch wollt, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Und ich kann euch jetzt schon eins sagen, denn bei diesem Video geht es jetzt erstmal nur um die Steuervorwürfe von ApoRed. Aber in den letzten Tagen, da ist ja noch ein ganz anderes Thema rund um den YouTuber-ApoRed in YouTube-Deutschland rund gegangen. Nämlich Vorwürfe rund um sexuelle Belästigung und eine Entscheidung vom Landgericht Köln. Und wir wären nicht der Kanal WBS, wenn wir uns nicht diese Gerichtsentscheidung auch mal anschauen würden. Das heißt, da kommt sehr zeitnah noch ein Follow-up-Video, wenn ihr das sehen wollt. Lasst ein Abo da, meine lieben Freunde. Boah, können wir auch drauf reagieren, Freunde. Deswegen lasst auch gerne hier ein Abo da, damit diese Zahl da steigt. Weil bei 250.000 Abonnenten schenkt Georgia mir ein Jetski. Ich habe das Video euch gefallen, falls ja, ähm, ja, Daumen nach... Ey, war ein sehr gutes Video, Bruder. War ein sehr, sehr gutes Video. Schaut bei Chrissy vorbei, ähm, für mehr guten Content. Ähm, und ansonsten guckt mein letztes Video. Da reagieren wir auf das neuste Mimi-Video über ApoRed. Alter. Wild.